Herzlich Willkommen zu Hashtag Ich und mein Haus Meeting Edition. Schön, dass du wieder dabei bist. Servus! Und wie immer habt ihr eine Aufgabe, irgendeine lustige Foto-Challenge am Anfang zu machen. Heute ein Bild mit eurem Dach. Safety first bei allen kreativen Ideen. Und dann haut es in eure WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr Bock habt, verlinkt es auch auf Instagram mit uns, mit dem SWDEC-Verband. Danke! Und wenn ihr im Teamkreis seid, macht es natürlich auch, damit die, die heute noch nicht im Teamkreis sind, in live das auch sehen. Viel Spaß! Freundschaft. Was ist für dich Freundschaft? Ich habe das mal ein paar Leute gefragt und eine kleine Umfrage gestartet und die Ergebnisse, die stelle ich euch jetzt vor. Freundschaft ist die soziale Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich gern haben. Freundschaft ist, wenn man mit Menschen durch dick und dünn gehen kann. Freundschaft ist wie ein beidseitiges Geben und Nehmen, Vertrauen und Akzeptanz, Echtheit, Treue, Wertschätzung. Freundschaft bedeutet Zusammenhalt und Vertrauen. Vertrauen, Loyalität und Heimat. Vertrauen und Ehrlichkeit. Absolute Loyalität. Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit und ist ein echtes Geschenk. Es bedeutet, dem anderen zuzuhören und ihn zu unterstützen. Freunde sind meine Familie. Freundschaft bedeutet, für einander da sein, zuhören können und verstehen, was dem anderen wichtig ist. Dass es keine Bedingungen gibt, an die man sich halten muss. Freundschaft bedeutet Vertrauen, das Beste für den anderen wollen, liebevolle Kritik und Freude teilen. Freundschaft, das sind Lieblingsmenschen, die füreinander da sind und sich unterstützen. Freundschaft ist tiefes Vertrauen für sich gegenseitig zu haben. Eine tiefe Freundschaft baut auf ein, ich darf sein und ich bin angenommen auf. Freunde sind Menschen, die immer für einen da sind. Und ein Freund ist jemand, der zu dir hält und dir hilft, die beste Version von dir selbst zu sein. Also was mir hierbei richtig oft aufgefallen ist, dass Vertrauen ganz weit oben steht. Dass Vertrauen etwas voll Wichtiges ist für die Freundschaft. Aber was Freundschaft bedeutet, was die Definition ist, das ist vielleicht noch ein bisschen allgemein. Ich habe deswegen nochmal etwas genauer nachgebracht. Und zwar, was schätzt du an deinen Freunden? Und bevor ich euch die Antworten teile, die mir dort genannt wurden, dürft ihr euch jetzt darüber austauschen. Also was schätzt du an deinen Freunden? Und jetzt kommen die Antworten, die ich euch gerade versprochen habe. Was schätzt du an deinen Freunden? Ehrlichkeit. Sie sind für mich da, fragen nach mir, wir unternehmen Dinge und sie kennen mich. Humor, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft, Interesse und Zeit. Meine Freunde haben ein offenes Ohr für mich. Wieder Loyalität und Vertrauen. Dass ich sein kann, wie ich bin, sie immer für mich da sind, wie eine Familie lieben. Ihr Vertrauen und ihre Ehrlichkeit. Spaß haben. Sie sind immer für mich da. Sie sind da, wenn es darauf ankommt und ich kann ihnen alles erzählen. Sie sind die Hilfe in der Not. Dass sie immer für mich da sind, dass ich mit ihnen über alles reden kann und das auch, wenn sie weit weg sind. Gemeinsam weinen und lachen können und richtig ehrlich sein. Ein offenes Ohr und Zeit schenken. Zusammen über jeden Mist lachen. Zuverlässigkeit und dass immer jemand da ist für mich. Ehrliche Kritik, Mut zu sprechen und gemeinsam Visionen zu teilen. Ehrlichkeit, gemeinsame Erinnerung und ganz viel Spaß, den man zusammen hat. Und ich darf sein, bin angenommen, gesehen, gehört und wir teilen Leben miteinander. Es ist richtig gut, Freunde zu haben und ein Freund zu sein. Und auch in der Bibel lesen wir Geschichten davon, was Freundschaften bewirken oder wie Freunde miteinander umgehen. Aber lest dazu erst einmal selbst in Markus 2, Vers 1 bis 12. Verrückte und mutige Geschichte, oder? Ich finde ziemlich stark, was diese vier Männer hier gemacht haben und was sie auf sich genommen haben. Und ich glaube, wenn man so etwas auf sich nimmt und jemanden da mit seiner Matte durch ein Haus durchlässt, durch ein Dach, da nimmt man echt viel auf sich und das macht man wahrscheinlich nur für Freunde. Und diese Männer, die haben nicht nur viel auf sich genommen, also nicht nur das Gewicht von diesem Kerl auf der Matte, sondern das hat auch schon viel früher angefangen. Jesus war schon zuvor im Kapernaum und vermutlich war es da genauso vorher wie in dieser Geschichte hier. Und vielleicht haben die Jungs es auch da schon probiert, ihren Kumpel zu Jesus zu bringen. Aber sie haben es wahrscheinlich da nicht geschafft. Hier in der Geschichte geht es darum, dass sie schon wieder hören, dass Jesus nach Kapernaum kommt. Und sie ergreifen die Chance und gehen auf Jesus zu und gehen zu ihm hin, auch wenn es da ziemlich voll ist. Aber die Jungs geben nicht auf, sie bleiben dran. Ich finde es richtig cool, dass die Freunde dranbleiben. Ihm geht es in erster Linie um das Wohl ihres Freundes. Sie wollen, dass es ihm gut geht. Sie wollen gute Freunde für ihn sein. Und jetzt meine Frage an dich. Wie kannst du ein guter Freund sein? Wie bist du eine gute Freundin? Tauscht euch jetzt nochmal darüber aus. Auch diese Frage habe ich meinen Freunden gestellt und ich lese euch jetzt mal deren Antworten vor. Immer da sein für andere. Ich zeige Empathie, vergebe, vertraue, höre zu, verteidige, frage nach, unterstütze. Indem ich auf den anderen achte. Zuhören und ermutigen. Indem ich immer für meine Freunde da bin und loyal bin. Zuhören, da sein, Zeit nehmen, investieren, beten. Immer da sein, wenn was ist. Zeit schenken. Ich versuche es, aber ich bin nicht die Beste im Ansteigen. Ich habe aber trotzdem immer ein offenes Ohr. Durch Zurückhaltung meiner Selbst und Liebe. Bei Schwierigkeiten für den anderen da sein. Ich helfe meinen Freunden, wenn sie mich brauchen. Egal zu welcher Uhrzeit. Sie können mir vertrauen, dass das, was sie mir anvertrauen, auch bei mir bleibt. Ich höre gern zu und bin gern für jemanden da. Indem ich ihnen diene und sie in Gottes Berufung für sie stärke. Und ich mit ihnen Dinge immer wieder neu bespreche und ausdiskutiere. Nicht immer nur an sich selbst denken, sondern sich Zeit nehmen und Wertschätzung zeigen. Und die Männer, die tun das auch. Sie denken nicht nur an sich selbst, sondern sie denken an den Freund. Sie haben ihn im Blick. Und sie wollen ihm etwas Gutes tun. Und sie bringen ihn deshalb zu Jesus, weil sie sich darauf vertrauen, dass Jesus ihm helfen wird. Und dass er ihn auch heilen wird. Deshalb bringen sie ihn dorthin, wo Jesus ist, damit er auch Jesus kennenlernen kann. Und dann ist es soweit. Sie sind an dem Haus angekommen. Und dann folgt plötzlich die große Ernüchterung. Es ist kein Platz. Das Haus ist so voll, dass sie da nicht hinkommen. Und auch wir, wir kennen das vielleicht, dass uns irgendwie alles und jeder im Weg steht. Aber die Jungs, die machen hier etwas Besonderes. Sie geben nämlich nicht auf. Die vier, die kommen hier nicht auf die Idee, dass sie einfach umkehren und aufgeben. Sondern sie werden kreativ. In dem Vertrauen darauf, dass Jesus ihren Freund heilen wird. Sie wagen etwas ganz Neues und kommen auf irgendwie ganz verrückte Ideen. Sie steigen auf das Dach hinauf. Und dort angekommen, fangen sie an, die Lehmdecke abzutragen. Und stellt das mal vor, ihr seid nicht oben auf dem Dach, sondern ihr seid unten drin. Und dann fängt es plötzlich an zu bröckeln und alles fällt auf euch runter. Und ihr guckt hoch und wundert euch, was passiert da. Und das ist irgendwie seltsam. Also ich glaube, die Jungs da oben, die haben einige komische Blicke geerntet. Für das, was sie getan haben. Vielleicht hast du das auch schon selbst erlebt, dass andere Leute oder vielleicht sogar auch deine Freunde angefangen haben, den Kopf zu schütteln oder was komisch zu finden, was du gemacht hast. Denn vielleicht hast du anderen von Teamkreuz erzählt oder du hast ein christliches T-Tot getragen oder die Armbänder vom letzten Camp. Und alle schauen dich komisch an und verstehen nicht, warum du andere Wege gehst. Ich habe das auf jeden Fall selbst schon erlebt. Ich finde es cool, dass die Jungs nicht aufgeben, dass sie weitermachen und dass nichts sie von ihrem Plan abhält. Und dann, dann können sie ihren Freund, den Gelähmten, durch das Dach hinunterlassen. Und dann geht es los. Ihr Freund ist plötzlich zu den Füßen von Jesus. Aber Jesus, der heilt gar nicht als allererstes gleich. Sondern Jesus sieht etwas anderes. Er sieht zuerst die Freunde, die nach oben sind. Und bei ihnen sieht er ihr Vertrauen. Ihr Glauben daran, dass das, was sie jetzt machen, das ist den Zweck hat, dass ihr Freund Jesus kennenlernen kann. Und dass er Jesus begegnen kann. Und auch der Glaube und das Vertrauen darauf, dass Jesus ihrem Freund helfen wird. Dass er ihn heilen wird. Sie glauben für ihren Freund. Und das finde ich super ermutigend und auch inspirierend. Dass Jesus als allererstes das auffällt, dass die anderen hinter ihm stehen. Dass sie für ihn glauben, wo er es vielleicht noch gar nicht kann. Und das, das lässt mich darauf schließen, dass ich auch für meine Freunde glauben kann, wo sie es vielleicht noch gar nicht können. Dass ich für meine Freunde beten kann, dass Jesus ihnen begegnet, dass er sie heilen wird, dass sie ihn kennenlernen können. Und der kommt wieder in den Kopf. Für welchen Freund kannst du beten, dass er oder sie Jesus begegnet. Und dann wird Jesus aktiv. Aber er heilt immer noch nicht sofort, sondern er vergibt erst den Kranken seinen Sünden. Denn das ist das Wichtigste. Es muss zuerst die Beziehung zwischen den Kranken und zwischen Jesus wiederhergestellt werden. So wie Jana das auch vor ein paar Wochen im Teamkreis gesagt hat. Und erst nachdem Jesus dem Gelähmten die Sünden vergeben hat, dann heilt er ihn. Und das war dann das Kampf. Und er heilt ihn und plötzlich kann er wieder laufen. Heftig, oder? Und was muss das für ein Gefühl sein? Also nicht nur für den Gelähmten, weil er jetzt wieder laufen kann und weil er seine Sünden vergeben bekommen hat. Sondern auch für die Freunde, dass das, was sie eingesetzt haben, dass das belohnt wurde. Denn sie haben viel auf sich genommen. Sie sind neue Wege gegangen und vor allem haben sie geglaubt, dass Jesus ihrem Freund begegnet und dass Jesus auch sein Leben verändern wird. Was sind das für gute Freunde? Aber das Coolste ist, dass es nicht nur bei dieser Geschichte bleibt, sondern dass Jesus auch heute immer noch unseren Freunden begegnen möchte. Und dass er auch immer noch solche krassen Wunder tut. Und auch wir, wir können solche Freunde sein, die ihre Kumpel, ihre Freundinnen zu Jesus bringen, damit sie ihm begegnen können. Damit sie ihn kennenlernen können. Wir dürfen unsere Freunde, unsere Klassenkameraden, unsere Nachbarn, wir dürfen sie auch zu Jesus bringen. Und vor allem dürfen wir für sie beten und wir dürfen für sie glauben. Also, meine Frage an dich. Wem kannst du so ein Freund sein, wie diese vier hier? Und passend dazu hat auch ein Kollege, also eigentlich ist es sogar mein Chef, der hat euch heute auch eine Story mitgebracht, wie er Jesus kennengelernt hat. Hi, servus, jetzt darf ich euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar Amen ist mein Name. Ich bin so aufgewachsen in meinem Elternhaus, das wird man jetzt sagen, das hat mit dem Glauben nicht so viel am Hut gehabt. War ganz halt okay alles, aber irgendwie passt. In meiner Klasse war Daniel, Daniel Mattmüller, war auch mal im EC später aktiv als Jugendreferent. Und der hat mich dann mal so gefragt, ob ich Bock hätte, mit in die Jungenstadt zu gehen. Jetzt war das so, die Mattmüllers, die waren uns im Ort bekannt, das waren so die Fromme irgendwie. Ach, ganz nett, aber ich hatte keinen Bock, mitzugehen. Und dann kam der Kerl so am Freitag vorbei. Das muss man sich vorstellen, es gab kein WhatsApp, man hat das irgendwie vorher geschrieben, auch nicht per Handy angerufen, auch nicht ein SMS geschrieben. Sondern er kam einfach am Freitag vorbei und hat gefragt, hallo, ist der Armin da? Und ich so, uh, der will mich zur Jungenstadt mitnehmen. Und ich, hm, geht heute nicht. Der Daniel kam nächste Woche wieder, Freitag. Hat wieder so gesagt, hi, ich bin der Daniel, so nice und so, wahrscheinlich gehst du mit den Jungenstadt. Ich, hm, läuft nicht, hab was anderes zu tun. Und jetzt kam der Daniel wirklich jeden Freitag bei mir vorbei. Und wenn er mal nicht konnte, hat er seinen Bruder, der Tobe, vorbeigeschickt. Der immer wieder kam, hast du Bock, mit in die Jungenstadt zu gehen. Und ich so, uh, ich hab mir sogar so Ausreden einfallen lassen, wie, ich muss noch lernen. Also total bescheuert, er hat gar nicht gestimmt. Und irgendwann bin ich ihm zu lieb einfach mal mitmarschiert. Und das war mein erster Kontakt mit den Christen. Das war mein erster Kontakt mit denen, die so irgendwie gedacht haben, was machen die da die ganze Zeit. Und dort hab ich Jesus kennengelernt. Und das ist für mich so immer noch das Beste, was es in meinem Leben gab. Ich bin ja mittlerweile schon eine Weile dabei. Und was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Und Grund war letztlich einer, der nicht aufgehört hat, dran zu bleiben. Ich glaub, der hat ja bestimmt viel gebetet. Jetzt überred doch mal den Armin, dass er irgendwie nicht so viele Hausaufgaben machen muss oder so. Jeden Wochen kam er vorbei und irgendwann hab ich gesagt, ich bin am Start, ich geh mit. Ich dank dem Daniel dafür, dass er nicht aufgegeben hat. In diesem Sinne, ciao. War schön, euch zu sehen. Und jetzt kommt die heutige Challenge bei euch. Und zwar schreibst du Einnahmen von einem Freund oder einer Freundin auf und betest diese Woche mal jeden Tag für diesen Freund oder für diese Freundin, dass die Person Jesus kennenlernen kann. Und vielleicht ergibt sich auch demnächst ein Gespräch, in dem du das mit einbauen kannst, in dem du der Person von Jesus erzählen kannst und sowas wie Weiz und Licht sein kannst. Und ich werde jetzt für euch und eure Freunde beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du auch heute immer noch Menschen begegnest. Und ich danke dir, dass wir auch so Wegweiser, dass wir Hinträger sein können für unsere Freunde. Dass wir unseren Freunden helfen können, dass sie dir begegnen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute und die nächste Woche für seine oder ihre Freunde betet, dass sie dich kennenlernen dürfen. Und danke, dass du uns hilfst, dran zu bleiben. Amen. Jetzt haben wir wieder ein Heimspiel für euch. Und zwar haben wir deutsche Lobpreislieder von Google übersetzen lassen. In mehrere Sprachen, zum Beispiel Schottisch, Gälisch und dann noch ganz viele andere und dann wieder zurück in Deutsch. Und ich lese euch jetzt quasi das vor, was am Ende rausgekommen ist und ihr müsst raten, um welches Lied es sich handelt. Okay, es kommt Lied Nummer 1. Möge Gottes Sieg mich segnen, Gottes Sieg, Tod und Erfolg. Alle Ketten wurden geplündert, Göttin. Jesus ist meine Absicht zu leben. Und das Lied war Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Preist den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegt den Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Okay, Lied Nummer 2. Lebende Fische wurden freigelassen, den Fluss überqueren. Ein offenes und mutiges Update. Glück und Erfolg sind ihre Belohnung. Na, habt ihr es erraten? Sei ein Lebendgerfisch. Sei ein Lebendgerfisch. Okay, Lied Nummer 3. Ich hänge am Kissen, mein Sohn. Dein Blut reinigt mich. Du kannst dich selbst anrufen. Ich kann in deinen Händen sein. Was? Was? Und das Lied war Mutig komm ich vor den Thron. Mutig komm ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Thron. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz stark. In deinen Armen darf ich sein. Das nächste Lied. Du bist lang und lang. In die Luft geben. Deine Liebe ist größer als das Meer. Du sagst immer. Damit bin ich beschäftigt. Und das Lied war höher. Du mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Meine Seele, danke, Prinz. Lobe den König. Er hat nie gespielt. Diene dem König. Ich gebe Zehntausende seiner Hoffnungen. Und das Lied war Zehntausend Gründe. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor. Nun fühle ihn und bitte den König an. Nächstes Lied. Missionsstadt. Land, Land. Jesus sagte. Der Geist Gottes ist bei dir. An anderen Orten gibt es keine Liste. Und das Lied war natürlich Stadt, Land, Welt. Und ein Letztes noch. Dies ist das Zentrum meines Lebens. Danach. Ich habe dich kontaktiert. Standhaft bleiben. Mein Lager ist sehr stark. Ich habe dich kontaktiert. Völlig klar, das Lied ist Mittelpunkt. Völlig klar, das Lied ist Mittelpunkt. in meinem Leben. Und in meinem Herzen. Denn Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Schön, dass du dabei warst. Heute bei Hashtag ich-und-mein-Haus-Meeting-Edition. Und mich würde es freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann.